Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrummbach neben Heißbuck im Nürnberger Land zum Nutzer der 111, in dem wir Ihnen das Neueste von der Möbelmesse erzählen. Wir haben eine neue Videokoch-Sendung zusammen mit Jana Brücher gemacht. Unser Assis-Gericht jetzt im Jahr 2015 ist ein Duo vom Winterkablau, vom Skrein. Sie sind jetzt hier an der Seite vom Fisch sehr schön, wie aus diesem glasig, fast durchsichtigen Fleisch, die unten im schönen weißen Rand hochkommt. Ja, also wenn man weiß, wie es geht, ist Fischbrauch wirklich immer eine sichere Sache. Und wir könnten Essplätze und Stühle besonders günstiger anbieten, wenn Sie sie uns für die Gewerbe-Schauer-Sendung ausleiten. Damit aus einem solchen Stück unbehandelten Holz ein richtig tolles Möbelstück wird, sind eine ganze Menge Arbeitsschritte nötig. Und die schauen wir uns heute hier in Unterkrummbach bei der Firma Die Möbelmacher ein bisschen genauer an. Oh, hi! I'm going to go for this chair, which is even more comfortable. And this chair has a place for my arms, so it's called an armchair. Schauen Sie rein in Unterkrummbach. Wir sind immer für Sie da, auch am Samstag, auch am Samstagnachmittag nach Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.